Altes Land Das alte Land erstreckt sich vor den Toren Hamburgs an der Unterelbe bis nach Stade. Dazu gehören die Gemeinde York, samt Gemeinde Lühe, Grünendeich, Gudau-Handviertel, Holland-Wielenflied, Mittelnkirchen, Neunkirchen und Steinkirchen, der Neuwulmstorfer Ortsteil Rübke und die Hamburger Stadtteil Neuenfelde, Kranz und Frankob. Besondere Bekanntheit hat die Kulturlandschaft als zweitgrößtes geschlossenes Obstanbaugebiet Europas nach Südtirol. Hintergrund Das alte Land ist eine sehr geschichtsträchtige Region mit vielen prächtigen Fachwerkhäusern aus Backstein mit weiß gestrichenen Holzbalken, wunderschön geschnitzten Prunkpforten und traditionellen Reetdächern. Im alten Land wird auf 10.500 Hektar Obst angebaut. Die Region ist damit mit dem Ertrag von rund 300.000 Tonnen Äpfel im Jahr das größte Obstanbaugebiet Deutschlands. Bekannt ist die Region aber auch für seine Deiche, die das Land vor dem Wasser schützen und ein häufiges Postkartenmotiv darstellen. Der Name Altes Land lässt sich auf die holländischen Besiedler zurückführen, die das Land durch eine Menge Arbeit überhaupt erst bewohnbar und urbar gemacht haben. Während der Arbeiten wurde das Land, welches bereits bearbeitet wurde das Altes Land genannt und das Land, welches noch in Bearbeitung war als junges Land bezeichnet. Irgendwann waren die Arbeiten abgeschlossen und das ganze Land konnte besiedelt werden und das ganze Gebiet wurde Altes Land genannt. Vermutlich lässt sich auch die Bauweise der Bundmauer-Fachwerkhäuser auf die Niederlande zurückführen. Jede Hauswand besteht aus gleichen Vierecken, die aber wiederum individuell ausgearbeitet wurden. Hierdurch entstand eine einzigartige Hauswand, die keiner anderen glich. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden im Alten Land Trachten getragen. Die Altländertracht gilt als sehr traditionsreich und wertvoll. Unterschieden wurde zwischen der Arbeitstracht und der Festtracht, die aus weitaus kostbareren Stoffen bestand. Wiederum unterschied sich die Festtracht der jungen Mädchen und verheirateten Frauen. Heutzutage tragen die Gästeführer diese Tracht während den Führungen, um die Tradition am Leben zu halten. Durch die Nähe zur Nordsee herrscht im Alten Land maritimes Klima. Der ausgeglichene Wasserhaushalt, durchschnittlich 730 mm Niederschlag, trägt mit der milden Jahresmitteltemperatur von 8,5 Grad Celsius und nur etwa 80 Tage mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu dem effektiven Obstanbau bei und die rund 1500 Sonnenstunden im Jahr machen den Anbau so weit im Norden erst möglich. Mit dem Flugzeug Der ist der nächstgelegene Verkehrsflughafen mit internationalen Verbindungen, er liegt etwa 50 Autominuten östlich, ca. 50 km, Anfahrt über durch den Elbtunnel und Der liegt etwa 1 Autostunde westlich, ca. 100 km, über. Der des Luftsportverein Günther Grönhoff e.V. ist ca. 19 km über entfernt. Mit Bahn und Bus die S-Bahn fährt von Hamburg Hauptbahnhof Richtung Stade. In Buxtehude nimmt man den 2044, keine Verbindung an Wochenenden, nach York. Eine weitere Möglichkeit ist von Neugraben den 257 bis nach York zu nehmen oder nach Stade zu fahren und dort den 2050 Richtung Kranz und dem Altenland auszusteigen. Die Fähre 62 fährt von den Landungsbrücken bis nach Finkenwerder und von da aus mit dem 150 direkt nach Kranz. Auf der Straße von nördlich der Elbe kommen durch Fährtmann auf der den Elbtunnel. Man fährt an der ersten Ausfahrt ab und folgt den Schildern Richtung Finkenwerder und fährt die Umgehungsstraße Richtung Kranz. Mit Schiff und Fahrrad Mit der Elbfahre von Fährtmann nach und schon befindet man sich im Altenland. Von hier aus kann man z.B. die Este entlang fahren bis nach und. Man kann aber auch in Königreich nach Westen abbiegen Richtung und weiter durch das Alte Land bis nach Stade. Von den Fährt die Fährlinie 62 nach, Vergleich Mobilität. Von dort aus an Airbus vorbei ist man bald im Altenland. Von Wedel bzw. gibt es eine Fährverbindung nach. Zwischen und verkehrt eine große Autofähre. Von Cuxhaven, Wischhaven, Stade aus folgt man einfach dem Elberadweg. Von der Stadegist aus, fährt man nach Buxtehude oder Horneburg und dann Richtung Altes Land. Mit dem Fahrrad aus gibt es eine Route aus Hamburg ins Alte Land. Verschiedene Fähren stehen zum Übersetzen zur Verfügung. Mobilität Zwischen den S-Bahnhöfen und verkehrt von Mai bis Oktober an den Wochenenden der Elberadwanderbus mit Fahrradanhänger durch Alte Land Mittelpunkt. Das Alte Land ist sehr gut mit Auto, Altländerbimmelbahn, Pferdeplanwagen, Fahrrad oder auch zu Fuß erkundbar. Die Nähe zu Hamburg, die Hafenfähren können mit den normalen Fahrkarten des Hamburger Verfährsverbundes, HVV, ohne Aufschlag benutzt werden. Besonders interessant sind die Linie 62, Landungsbrücken, Fischmarkt, Öwe-Gönne, Finkenwerder, und Linie 64, Finkenwerder. Diese fahren auch am Wochenende und auch im Winter und machen dadurch interessante Ausflüge auch bei Eisgang auf der Elbe möglich. Fahrräder werden kostenlos mitgenommen. Sehenswürdigkeiten Aktivitäten Das flache Land in der Region ist wie geschaffen für ausgiebige Radtouren an der Elbe entlang. Aber auch Bosseln ist eine der vielen möglichen Aktivitäten im Alten Land. Spaziergänge sind nicht nur auf den kilometerlangen Deichen möglich, sondern auch direkt am Wasser oder in den vielen kleinen Ortschaften. Das Beheizte in Holland-Wielen-Fleet lädt durch seine Lage direkt am Deich mit Blick auf die Elbe doppelt zum Baden ein. Aber auch Fahrten mit einem Pferdeplanwagen oder der Altländer-Bimmelbahn sind Möglichkeiten, um seinen Aufenthalt einzigartig zu gestalten. Auf den Deichen lässt es sich aber auch wunderbar auf den Bänken sitzen, die Ruhe genießen, das Kirschkern weit spucken, trainieren oder einfach nur den Pötten hinterher sehen. Freunde von Kreuzfahrten oder Frachtschiffreisen kommen da leicht ins Träumen. Wer mehr über die vorüberziehenden Schiffe wissen will informiert sich auch mobil im Internet. Es besteht aber auch die Möglichkeit an einer öffentlichen Gästeführung durch York oder die umliegenden Dörfer teilzunehmen, um das alte Land mit seinen Schätzen und Besonderheiten kennenzulernen. Geschichten aus der Apfelkiste Im Alten Land sind sieben Geschichtekisten aufgestellt, die entdeckt werden können. Die Geschichtekisten sind aus Erntegroßkisten gebaut, in denen sonst Äpfel geerntet und gelagert werden. Nun sind die Kisten mit Tonanlage und Infotafeln versehen, in denen man sich gemütlich und in Ruhe Geschichten über und aus dem Alten Land anhören kann. Der schlaue Apfelglos-Tee hat Tipps für Kinder parat und ein Übersichtsplan gibt Auskunft über die Standorte. Veranstaltungen Eines der größten Ereignisse im Alten Land ist das jährliche Blütenfest am 1. Mai-Wochenende. Seit 1981 schon wird an diesem Wochenende die neue Blütenkönigin als Repräsentantin der Region gekrönt. Sie sticht besonders mit ihrer traditionellen Tracht hervor, symbolisch für die Fruchtbarkeit und die reiche Geschichte der Region. Am Yachthafen in York Neuenschleuse verwandelt sich jedes Jahr im Mai die Festwiese für vier Tage in ein echtes Wikinger-Dorf. Fast 500 Wikinger schlagen ihre rund 200 Zelte um eine historische Ringburg mit Holzpalisade auf. Der Wikinger-Markt in York einer der größten Frühmittelalter-Märkte in Europa. Händler und Seefahrer, manchmal sogar aus dem fernen Orient angereist, bieten auf dem Wikinger-Markt in York ihre oft selbst gefertigten Sachen feil. Für Kinder ist der Wikinger-Markt ein großartiges Mittelalter-Abenteuer. Anfang Juli findet dann die traditionelle Kirschenwoche statt, in der sich alles um die Kirsche dreht. Im September bis November gibt es während der Apfelente die Altländer Apfeltage. Der Tag des offenen Hofes bietet den Besuchern dabei die Möglichkeit direkt auf den Obsthöfen alles rund um den Apfel zu erfahren und mit dem Fahrrad die ca. 30 Kilometer Rundfahrt von Hof zu Hof zurückzulegen. Fahrradtouren Das Alte Land bietet eine tolle Region für umfangreiche Fahrradtouren. Die gesamte Region ist als ehemaliges Marschland sehr flach und die einzigen Steigungen sind die Deiche mit maximal 10 Metern. Dementsprechend ist das Alte Land bei Fahrradfahren sehr beliebt. Folgende Fahrradtouren sind empfehlenswert. Este Tour von der Mündung bis nach Buxtehude Diese Fahrradtour im Alten Land führt entlang des Flusses Este. Man kann wunderbar auf dem Deich oder den wenig befahrenen Straßen bis in die Hansestadt fahren. In Buxtehude kann man einen kleinen Stopp zur Stärkung oder Bummel machen und auf der anderen Seite des Flusses wieder zurück zur Mündung in die Elbe fahren. Gesamtlänge ca. 22 Kilometer Die Dreiländer Fahrradtour über Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen. Diese Tour führt zwei X über die Elbe und durchkreuzt drei Bundesländer. In Kranz nutzt man die erste Linie, um aus dem Alten Land auf die andere Elbseite zu kommen. Dort folgt man dem Fahrradweg direkt entlang der Elbe bis nach Schulau, Wedel, um dort die Lühe-Schulaufere zum Zurückübersetzen ins Alte Land zu nutzen. Ca. 45 Kilometer Die Obströte durch das Alte Land ist beschildert und sehr leicht zu entdecken. Einkaufen Die Nahversorgung ist in allen Orten des Alten Landes gewährleistet. Wenn's denn etwas mehr sein darf, empfehlen sich Buxtehude, Stade, Hamburg-Haburg oder natürlich Hamburg. Küche bei der Vielfalt an Äpfeln, die das Alte Land vorweisen kann, wundert es keinen, dass das Obst auch die Hauptrolle in der Küche spielt. Von Apfelfanne und Apfel-Carpaccio mit Altländer-Kartenschinken, über Apfel-Cordons-Bleu, bis hin zum Apfel-Streusel-Kuchen gibt es so viele Altländer-Spezialitäten rund um den Apfel. Natürlich gibt es aber auch eine Reihe von Restaurants und Eiskaffés mit vielen anderen Gerichten jenseits des Apfels. Typisch für die Region sind die Obsthöfe, die meist neben dem Hofverkauf auch Hofcaffés betreiben. Insbesondere zur Haupt-Erntezeit im Herbst schieben sich dann zum Teil die Kunden in langen Schlangen erst über die Straßen, dann über die Höfe und durch die Cafés. Unterkunft im Alten Land stehen dem Gast eine Vielzahl von Hotels, Pensionen, Ferienhäusern und Zimmern sowie Bett- und Breakfast-Unterkünften zur Verfügung. Umfangreiche Informationen hält die Touristin vor bereit. Camping Ärzte Die ärztliche Versorgung wird über mehrere Ärzte für Allgemeinmedizin und Zahnärzte gesichert. Für tierische Begleiter stehen auch Tierärzte zur Verfügung. Immer hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst unter Telefonnummer 116117. Apothekentagsüber gibt es im Alten Land diverse Apotheken in den verschiedenen Orten. Der nächtliche Apothekennotdienst kann allerdings auch schon mal ins entfernte Buxtehude oder Stade führen. Praktische Hinweise Moorzeiten abhängig von der Tide, mit dem Wattwagen oder zu Fuß. Nachbarstädte des Alten Landes sind unter anderem die Hansestädte Buxtehude und Stade. Das mit dem Moorinformationszentrum und der kleinen Moorbahn steht stellvertretend für die Moor im nördlichen Elbe Weser Dreieck und ist ein Ziel für einen Halbtagesausflug. Das mit dem Moorinformationszentrum und der kleinen Moorbahn steht stellvertretend für die Moor im nördlichen Elbe Weser Dreieck und ist ein Ziel für einen Halbtagesausflug. Auf der Insel befinden sich, zusammen mit ihren Pendants auf der schleswig-holsteinischen Elbseite, die höchsten Hochspannungsmasten in Deutschland, und zwar die 189 Meter hohen Tragmasten der Elbe Kreuzung 1 und die 227 Meter hohen Tragmasten der Elbe Kreuzung 2. Weiter die Tragmasten der Elbe Kreuzung 2 sind die höchsten Hochspannungsmasten in Europa und man könnte sie theoretisch über den Berliner Funkturm stülpen. Das zeigt auf einer Fläche von 12 Hektar die Kulturgeschichte der nördlichen Lünebürgerheide und der angrenzenden Elbmarsch. Über 40 historische Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Gärten, Acker- und Weideflächen geben Einblick in das Landleben des 17. bis 20. Jahrhunderts. Altenutz-Terrassen bewohnen die historischen Gebäude. Für einen Ausflug mit Kind und Kegel und allen sieben Sachen kann man sich an der Kasse gegen Pfandbollerwagen ausleihen. Der begrüßt schon am Eingang die Besucher durch das Grundsende-Empfangskomitee, die freilaufenden Hängebauchschweine. Berge, Täler und Seen gestalten die 50 Hektar große idyllische Parkanlage. Tägliche Flugschauen und Fütterungen, der 31 Meter hohe Elbblickturm, Tiere zum Anfassen oder der riesige Abenteuerspielplatz begeistern. Berge, Täler und Seen gestalten die 50 Hektar große idyllische Parkanlage.